Du kannst dich so krass bearbeiten, dass du nicht mal so aussiehst, als wärst du noch entfernt mit dir selbst verwandt. Wirklich, eine Freundin von mir, die hat bestimmt acht verschiedene Apps, um ein einziges Foto von sich zu bearbeiten. Die sieht nachher super aus, aber ich sitze daneben, ich kriege Burnout vom Zugucken. Das ist zu anstrengend, wirklich, ich habe keine Geduld für sowas. Wirklich, wenn ich ein Foto poste, da ist nie ein Filter drauf. Ich bin zu faul, die rauszusuchen und so. Vielen Dank. Ich weiß, manchmal sieht es so aus, als wäre ein Filter drauf. Das ist aber oft einfach, weil meine fettigen Finger vorher an die Kameralinse dran gepatscht haben. Mir hat auch mal einer geschrieben, so, oh mein Gott, was ist das für ein Filter von dem letzten Pic, was du gepostet hast? Ist das dieser 70s Retro Sundowner Filter? Und ich so, ne, Pommes. War einfach Pommes gefressen. Ich versetze dich. Ich versetze dich. Ich versetze dich.